Der Thron des Königs Gioia von Bamum kam während der deutschen Kolonialherrschaft über das Kameruner Grasland nach Berlin. König Gioia von Bamum schenkte den Thron seines Vaters, König Sangu, an Kaiser Wilhelm II. Daran gibt es keinen Zweifel. Im Jahr 1908 reiste der König nach Buja und Uala. In einer dramatischen Zeremonie zum Geburtstag des Kaisers übergab er den Thron an den Gouverneur Theodor Seitz. Was bewegte König Gioia zu diesem Geschenk? Wir halten Geschenke für ein Zeichen der Sympathie, aber sie sind oft komplexer. Geschenke können das Miteinander bestimmen. Das falsche Geschenk kann peinlich sein. Ein teures kann arrogant wirken. In Kamerun um 1900 tauschten die HerrscherInnen Gaben aus, um Statushierarchien zu festigen und um Handel und politische Beziehungen zu fördern. Deutsche Kolonialverwalter taten das Gleiche mit den lokalen HerrscherInnen. Geben und Nehmen von Gaben als Teil der Errichtung der Kolonialherrschaft. Im Jahr 1902 begrüßte König Gioia die ersten Deutschen, die in Bamum eintrafen. Er wusste, dass sie gefährlich sein konnten. Er wollte keinen Konflikt, der ihm und seinem Volk schaden könnte. Zwischen 1902 und 1908 schloss er ein Bündnis mit den Deutschen und profitierte von den Handelsbeziehungen mit deutschen Firmen. Fast von Anfang an lockten ihn deutsche Museen, ihn seinen Thron zu schenken oder zu verkaufen. Er weigerte sich bis 1907. Erst dann erklärte er sich bereit, eine Kopie für den Kaiser anfertigen zu lassen. Was hatte sich geändert? In der Zwischenzeit hatte sich König Gioia mit dem deutschen Kolonialmilitär zusammengetan, um das Banzo-Königreich anzugreifen. Außerdem hatten deutsche Kolonialbeamte interveniert, um einen deutschen Geschäftsmann abzuziehen, der die Mutter von König Gioia angegriffen und beleidigt hatte. Aber die Kopie wurde nicht rechtzeitig fertig. Nach Rücksprache mit europäischen Missionaren entschied sich der König stattdessen, den Thron seines Vaters an den Kaiser zu übergeben. Wurde er unter Druck gesetzt? Wollte er vermeiden, Gesicht und Respekt zu verlieren? Die Gabe des Königs wirft Fragen auf, mit denen wir uns heute noch beschäftigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017